Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir starten hier vorne, oder? Wir starten dann Dampf señal, ne? Aber auch, dass der Affe nicht bleibt Ist jetzt alles immer mit den Affenfesten gerecht Oder? Ja, wir haben den Affen abgeholt Wir haben eine gleiche Arfe dann, oder ein Rohmutter, oder ein Schuhfaltentritt. Wir haben Bonobo-Organ-Spender, die haben wir jetzt glücklicherweise zusammenbekommen. Und ich möchte mal versprechen, einlösen. Und mich mal richtig stromen lassen. Im Dienstag gibt es eine Sache. Wir wollen ja für unser Experiment Organspenden so viel Aufmerksamkeit wie möglich haben. Und ich habe versprochen, für jede 10.000 neuen Organspender mache ich mich zum Affen. Die 10.000 haben wir innerhalb kurzer Zeit zusammenbekommen, was mich sehr glücklich stimmt. Und umso glücklicher stimmt es mich, dass ich dieses Versprechen einlösen kann und als Affen jetzt durch die 42 Meter Wasserfahrzeuge bezogen werde. Ich glaube, die Temperatur ist das geringste Problem, was der Fachmann, Auto und Affenwäsche gerade eben verraten hat, ist der Druck von diesen Würsten zu drehen, dass sie wirklich ein bisschen heftiger Druck und das Wasser verrennen. Ich weiß nicht, dass ich mich jetzt vielleicht am Anfang nicht so viel vermitteln kann. Es wird heiß, es ist ein bisschen rufzig, anfangs 6 Grad, es wird spannend. Ich habe keine Ahnung, es wird spannend. Aber die Temperatur macht mir keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, es wird spannend. Heiko Ja, ja, ja. Das war's für heute. Das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee. So, bitte, 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 bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Eingelöst. 10.000 für die nächste Aktion. 10.000 für die nächste Aktion.